weiter geht's hier, wir müssen jetzt noch hier hin hallo was ist er noch da hoch komm schon zack, 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 wo bist du? da ist noch einer so, au au, alter es kommt noch welche au oh, ich bin kaum weg da hier komm, bist du jetzt mal vergiftet? danke man ey aber auch gemeingefährlich hier, wo kommen die nur plötzlich her, war noch eben noch nicht da egal, durchsuchen wir haben es ja geschafft wir haben es ja geschafft das ist nicht ganz so, dass wir komplett unfähig wären, also ein bisschen zwar, aber kompletten ja nur auch nicht alles nehmen, krieg dich auf ja, ja, dich krieg auf und du kommst auch, das auch, Kiste Kisten, also Kisten gibt es ja genug ne? nein, ich krieg ihn nicht auf na, untersuchen ich finde einen Zünder ok dann gucken wir mal ob wir den Zünder finden hier unten aussperren, komm her oh, da ist auch noch eine Kiste drin wir werden erst recht helfen hier na zack hallo hier ist dein Weg raus ich weiß nicht, wo du gehst, aber du besser gehst sie werden nie vergessen sie werden nie vergessen den Hammermann sie werden nie vergessen sie denken ihn muahahaha Mutantenruf erhöht muahahaha oh, das ist auch noch eine Kiste hei, 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 Kisten über Kisten oh, er stuppelt rein schau da jetzt habe ich aber auch hier alles, äh, glaube ich getötet, was mir vor die Flinte kam jetzt, jetzt, glaube ich, viele stehen hier nicht mehr öffnen so viele Komponenten so viele Komponenten oh, krieg ich die auch noch auf? ja zack und zack danke und aufheben so, jetzt kommen wir wieder zurück blablabla blablabla wie wir die Kiste aufbringen schaute gut warum nicht schaun laufen, laufen, laufen na gut, ich habe sie ja nicht getötet, ne wie sollen die ja nicht töten wir sollen die ja nur, äh, 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 bewusstlos machen ja, machen wir wir gehen zum rover zurück hier längs und dann da längs dann können wir hier die Treppe runterlassen oder die Leiter Entschuldigung, ist ja eine Leiter keine Treppe und dann ist da vorne schon der Rover und Knopf drücken, bumm Stufe 15 ey und noch einen Fähigkeitspunkt erhalten ey ultra klasse und schon sind wir wieder zurück in den Hof hier ja nicht ne eine die sie sich so w w w mit Rumbles. Schöne zu sprechen. Man kann nicht schlafen auf eine battlefield. Dankeschön, die Stadt nie muss noch einen anderen Angriff wie das letzte. Alle diese Menschen verletzten wegen dieser Schutte. Ich habe nur gedacht, ich fühle mich nervös. Wahrscheinlich den Rover. Man muss sich an die Vibrationen verletzen. Die meisten Leute verletzten ihre Scheiße die erste Mal. Nein, ich spreche das Gefühl von all den... Keine Ahnung. Ich verstehe das wirklich nicht. Das ist Krieg, richtig? Aurora kommt und schlägt eine Teil unserer Stadt und wie wir uns retalieren? Wir senden ein paar Leute wie uns? Ich verstehe das nicht. Kannst du immer noch etwas tun, als eine B****? Das ist eine gewisse Mission. Trippin' ein Rover... Achso, wenn ich dich wäre, würde ich grünen von Jahr zu Jahr. Warum machst du das? B**** mehr, schreit mehr. Herr, ich habe etwas zu fragen. Was kann ich für dich tun? Ich... Ich weiß nicht, ob du es wissen, aber mein Vater stirbt, als ich jung bin. In Wahrheit, er hat sich nicht verlassen. Er hat sich nie zurück, von einer seiner Exploration, vor 15 Jahren. Entschuldigung, ich wusste nicht. Ja, ich will nicht deine Angst, okay? Das ist nicht so. Was ich meine, ist, ich habe nie versucht, zu wissen, was er war und wo er ging. Ich weiß, dass er sehr nahe mit Scott. Er war wahrscheinlich sogar seine Lieblingsbeziehung. Das alte, verrückte Mann will mir nichts sagen. Er sagt, er will mich zu schützen. Schau, ich komme zum Punkt. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht in Ihrem Schraubchen für mich, ob Sie finden können, ob Sie eine von meinem Vater finden, oder letters finden können? Ich weiß nicht, Amelia. Scott ist wie ein Vater für mich. Und auch, du weißt, dass er fast immer da ist. Wie würde ich das tun? Ich bin nicht, dass ich dich in, oder nichts zu holen. Ich bin einfach, dass du ihn unterwegs bist. Und während du da bist, du weißt, einfach durch die Files. Ich bin sicher, dass ich die Letze zwischen ihm und meinem Vater gehalten habe. Er ist nicht ein, dass ich nichts weggebracht habe. Alles klar, ich versuche ihn zu lassen, aber wenn ich nichts findest... Ja, ja, ich will dich nicht schlafen, aber ich weiß, dass du etwas findest. Hmm, okay, dann gucken wir mal, äh... Gucken wir mal, ob wir dann irgendwas da finden könnten. Und zack! Däh, 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 dass der war da vorne. Jā, hā, 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 rā, lā, lā, zack! Hallo, Scott. Mein Kapitän hat mir gesagt, dass er dich zu sehen wollte. Das ging ja einfach. Ich denke ich habe ein Problem mit über deinen Freundes zu gehen. Ich hoffe, dass du das machst. Ich versuche Informationen über das Vergangenheit. Es ist persönlich, okay? Die Ophiaten sind wie uns. Sie haben eine gute Möglichkeit. Schüsse und 25 Prozent. Das machen wir. Ah, komm, das müssen wir auch noch machen. Da schon, da schon, da schon. Das hätte ich auch noch mal machen sollen hier. Tasche. So. Ausrüstung, Hände. Wir haben neue Hände. Aber sie sind schlechter. So, Pistole. Arbeiterschuhe sind gleich. Okay. Hallo. Kiste. Offen. Kiste zu. Kiste bleibt zu. Schade. Hallo. Du da. Hallo. Die Briefe übergeben. Kannst du erstmal aufstehen? Oh, das ist doch zu. Ich bin sehr nah, das war schon sehr nah. Sie waren sehr nah. Doch, es gab eine Tische. Sie haben eine Bühne. Sie haben einen Sieger und einen Sieger. Sie haben eine Sitzung. Sie haben eine Sitzung. Sie haben einen Sieger zu verraten. Sie haben eine Sitzung? Sie haben mich überrascht. Ich weiß nicht, dass Scott aufhören die verrückte Angst. Er schreckt, dass seine Freundschaft nur das Beginn von dem, was er verliert, wenn er nicht die Wahrheit war. Aber es war zu früh für seinen Sohn. Er scheint zu denken, dass Scott auf der Weg der Selbstdestruktion war. Es ist wahr, dass es eher mysteriös ist. Scott, der Sohn. Sie wissen? Nein. Er hat mir nie gesagt. Er hat ihn obviously verloren. Es ist sicher, dass es noch ein besonderes Thema ist. Wir müssen herausfinden, was das alles ist. Du musst zu fragen, dass er Frau ist. Mein Vater muss wirklich interferieren in seiner Familie-Drama? Vielleicht ist das, weshalb er erscheint? Bitte, Zechariah! Ich kann einfach da hochklettern. Natürlich, ich kann auch überall hochklettern. Hallo! Ich bin entschuldigung. Du bist Angela Seeker? Scott's wife? Ex-wife. Hm. Was hat der Drunk gemacht? Nichts, Bad. Er ist ein Freund. Ein Freund? Ah. Genau. Ich habe nur ein paar Informationen über einen von seinen Freund. Mark. Und dein Sohn. Geh raus! Geh raus! Welches Recht hast du, um die Vergangenheit zu lösen? Hm. Ah, wissenschaftlich. 100 Prozent. Ja, das ist gut. Geh raus! Ich denke, ich denke, Mark's disappearance war mit der Forschung von Scott und deinem Sohn. Und ich weiß, dass du auch ein Forscher war. Also, ich hoffe, dass du mir helfen kannst, um die Forschung besser zu verstehen. Und vielleicht sogar findest du alten Freund. Der Weg, um die kleinste Details zu analysieren, um zu verstehen, wie und warum. Der Angst hat mich damals auch. Aber ich lasse es. Es gab nicht so tief genug, um diese Angst zu erinnern. Ich war nie so mit Scott, in Wahrheit. Ich habe angefangen, um meine Arbeit, als wir unseren Sohn hatten. Der Fokus von meiner Forschung war die Studie von Mutatoren, mit dem Ziel der Produktion der Vaccine. Und ich habe immer gefragt, ob... Weil ich das war, ich war der Konduit, der die Infektion zu meinem Sohn. Scott war mehr interessiert in Genetik und ihre Medikationen. Der zweite, dass unser Sohn gezeigt hat, dass ich komplett verletzt habe meine Forschung. Und wenn ich nicht gesagt habe, dass er noch nie bemerkt hat. Und seine Antwort war, dass er eine Begründung war, dass er eine Begründung war. Er wirklich glaubte, dass mit seiner Arbeit in Genetik und meiner in Begründung, dass wir unser Sohn können. Aber ich... Ich war zu devastated, um ihn zu helfen. Alles, was ich wollte machen, war es mit unserem Sohn mit unserem Sohn, bevor er sich entfernt hat. Was natürlich passiert. Und Scott und Mark kamen auf eine wilde Gusschase, die er sicherlich wäre, dass er eine Begründung war. Ich habe es nicht verstehen. Es gab nichts, was er brauchte, was er nicht zu haben, in seinem Labor. Und während er weg war, ich war alleine. Und warte. Und warte. Und warte. Und in der Zeit habe ich mich verletzt. Also, ich versuchte für eine Begründung. Und dann endlich kam sie zurück. Mit nichts zu zeigen. Aber dann kam Mark wieder zurück, um zu finden, was ich glaube, rieche Materialien für die Forschung, die Scott Swarie hier nicht finden konnte. Und das war das letzte, was ich sie gesehen habe. Das ist alles, was ich weiß. Ich habe noch nie gefunden, was ihre Forschung war. Und ehrlich gesagt. Ich möchte es nur vergessen. Bitte, Frau. Kannst du mich bleiben? Mensch. Das sind ja alles Informationen hier. Und runter. Ich habe einige Leute, selber, und ich mag die gleiche Sache. Ah. Hin und her. Und hin. Und her. Und her. Und hin. Gut. 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 Das macht Scott verrückt, und er war überzeugt, dass er ein Remedy hat. Er fragte für dein Vater's Hilfe. Also haben sie zusammengekommen, und sie sind lange weggegangen. Seine Explorung nicht auf etwas konkretes für den Mann, und Scott schlug in eine Schmerz. Und dann, ein Tag, Mark schlug. Sein Ex denkt, dass es etwas wichtiges für seine Forschung war, und er nie wieder zurückkommt. Scheiße. Also, dass mein Vater die Gelegenheit mit dem kleinen Kind? Es ist wirklich verrückt, was sie durchführen müssen. Das erklärt, warum er so verrückt ist, und auch warum er als wenn wir seine Kinder waren. Danke, Zack. Das entspricht nicht alle meine Fragen. Aber ich habe eine bessere Überraschung, was passiert. Mein Vater verabschiedet hat, indem er seinen besten Freund zu helfen, und er wollte seine Kindheit schlug. Bitteschön. Oh, machen wir mal ein Kompliment. Oh. You're not like other girls, are you? Hmm. Is that supposed to be a compliment? Oder are you being a wide ass? Oh. Because you got a hell of a temper. And what? You'd rather have a nice little girl, who knows their place? Does what you tell her? Haha. I'm pretty sure I didn't say that. I didn't say you did. Otherwise you'd have your ass handed to you. Haha And now I'm getknocked around. It's not a bad thing. so jetzt können wir eigentlich erst mal wieder nach oben hier unten haben wir erst mal nichts mehr so die anderen aufgaben hauptaufgaben abschicken die wir noch haben die zwei müssen erstmal zu unserer heiligtum der technomancer geschichte allerdings da und dann zum captain hin und dann mal gucken wie der weiter geld ist das kompliziertes stadt hier mann 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 und so groß alles so groß hier alles so groß technomancer heilt die kirche die heilige kirche der technomancer nun kirchengeglocke hier orgelklinge und oh Zechariah, ein Freude, wie immer. Was kann ich für dich tun? Ich habe zurück, Großmater, mit dem Relic von der Aurora evacuation. Es ist ein Tablet, mit Text, und ich habe keine Ahnung, wie man es zu bezeichnen. Ein glücklicher Tag. Du hast keine Ahnung, was das bedeutet, Zechariah. Die Sprache ist, in Wahrheit, schwierig. Und die meisten haben keine Ahnung oder die Möglichkeit zu verstehen. Die meisten, aber nicht ich. Ich beginne zu bezeichnen, sofort. Wir wissen schnell genug, die großartige Werte, die es gibt. Sean war sicherlich richtig in seiner Verkaufung von dir. Dein Wert hat bereits zu bezeichnen, dass es infinitely wert ist. Eine Worte, Zechariah. Worte, die über deine Missionen geschehen. Die Dinge, die du zu erreichen hast, erfüllt mit problematischen Details, die dir mehr in deinem Gegenstand haben. Wenn es ein ASC-Spy gibt, wird er nicht nur unser Geheimnis wissen, aber er wird es endlich wieder mit seinem Meister. Wir werden in keinen bestimmten Moment verloren. Alles wird verloren. Also, schau dich. Und schau dich davon. Schau dich davon. Schau dich später, als später. Danke für die Warnung. Oh, 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 oh. Ein Spion. Was ist das? Was ist das? Wir schauen uns für einen Wissenschaftler, der ausgesucht hat. Der Name ist Charles Seeker. Alles ich gefunden habe ist, was seine Forschung. Es scheint, dass er studiert Technomancer, bevor er getötet hat und in ein Kamp. Charles Seeker? Ja. Der Genetikist. Genetikist haben ein Risiko. Die Wissenschaftler sind immer gefährlich, um unsere Geheimnisse zu erinnern. Dein Freund, Scott, hat sogar in der gleichen Forschung gearbeitet. Ich habe nie gefunden, was Scott getan hat oder nicht herausgefunden hat. Er hat sich in der Irrelevanz zu trinken. Also, ich habe mich überrascht. Welche Forschung, die du gefunden hast, macht sicher, dass niemand es sieht. Das könnte unser Unterfall sein.